Die Weltmeisterschaft hat begonnen. Und da möchte ich doch eins nicht verfehlen. Da wünsche ich unserem Jogi Löw und unserer scharfen Truppe viel Erfolg bei Brasilien 2014. Die Weltmeisterschaft des Fußballs, Leute. Und macht da keine Pause, Jogi. Und den Pokal nach Hause. Ich zähle auf euch. Ja, Leute, grüßt euch. Thema ist heute Nationalstolz. Und wie ich immer wieder feststellen muss, ich kann auch, ich beobachte ja auch, ihr kennt es selber, auch zu ernsthaften Themen gebe ich meine Meinung ab. Und da bin ich heute auch mal wieder an der Reihe, glaube ich. Ich beobachte immer, bei so Wurstmeisterschaften oder Weltmeisterschaften immer, da ist der Nationalstolz mal wieder ganz oben. Und da fühle ich mich auch ein bisschen groben. Ich selber bin auch gerne Deutscher. Nationalstolz ist auch vorhanden. Und das finde ich richtig gut. Nur schade und traurig finde ich, dass nur bei solchen Spielen der Nationalstolz mal wieder richtig durchkommt. Ja, Leute, machen wir uns doch selber nichts vor. Hör mal, wenn wir ins Stadion gehen, hier, was weiß ich, zu unserem Fanverein, oder wir gehen jetzt nach Brasilien in eine deutschen Fankurve. Hör mal, da sind 2000 Fans. Sind für zwei Stunden deine besten Freunde. Kann doch nicht sein. Oder im normalen Leben, da kommt der Nationalstolz doch gar nicht mehr durch. Ich hab mir da auch mal ein bisschen Kopf drum gemacht. Warum eigentlich? Ja, weil wir ja alle so richtig schön verarscht werden. Und wir haben natürlich nicht die Loyalität oder den Zusammenhalt, wie die Franzosen oder Spanier, dass die mal auf die Straße gehen, die mal eine Runde dichtpuppen, wenn der Staat ihnen zu viel auf Eier geht. Ja, Leute, und da möchte ich unser Schätzchen Angie doch nochmal herzlich grüßen. Angie, ich danke dir nochmal für dein super Versprechen. Was hast du letztes Jahr noch zu der PKW-Maut gesagt? Hör mal, da können wir nicht, das machen wir nicht. Die werden wir auch nicht erheben. Der Autofahrer ist genussbelastet. Die Schmerzgrenze ist erreicht. Angie, hör mal, was höre ich jetzt und lese ich jetzt? Hör mal, das Ding ist abgesegnet. Kommt jetzt durch, 100 Euro im Jahr. Angie, da sag ich doch mal richtig schön danke und sage. Hör mal, Angie, hör mal, als du damals, als die Mauer nur stand, hör mal, da hast du noch gemütlich im Trabi gesessen und musstest dich im Gummisitzwurste lassen. Auf Fahrradreifen stehen das Ding, kann doch nicht sagen, Leute. Und weißt du was? Da laufen doch bei der oben in der Platte auch die Zahnrener der Gier, hör mal. Da müssen wir doch noch die eine oder andere Steuerhöhung durchbringen. Hör mal, Angie, da zieh uns das letzte Stückchen Schaumstoff raus, hör mal. Matratze raus, hör mal. Und das Rattenlos, das Steuer uns auch noch weg, hör mal. Die ersten Pennen nehme ich schon auf dem Laminat. Und Angie, da sag ich dir ganz einfach ein, ein rechtschätzlichen Dankeschön. Nämlich, ich sage zum Beispiel, ein Mann ein Wort. Und da solltest du auch als Kanzlerin, vor allem nach dem Verfahren, eine Kanzlerin, eine Frau, ein Wort. Was ist? Volksverrasche Nummer 1, müssen wir uns doch nicht unterhalten, Leute, oder? Habe ich denn da nicht ein bisschen recht, dass da nicht so der Nationalsturz mehr im normalen Leben durchkommt, weil sich alle so ein bisschen veräppelt fühlen, Leute? Und wie kann das denn sein? Hör mal, machen wir uns doch alle nichts vor, Angie. Hör mal, und da zahle ich auch noch mal gerne den einen oder anderen Euro an Solidaritätsunschalt. Da finanziere ich dir da auch noch von, was weiß ich nicht, von Oettinger, oder wie die ganze Scheiße heißt, die dicken Alupellen auf den A8. Denn Angie, du bist ja jetzt auch ein bisschen verwöhnt, da machen wir uns doch nichts vor, denn du hast den Luxus gerochen. Hör mal, hör mal, da wusstest du doch heute, oder was weiß ich, und da lässt sich auch nur noch im A8 oder in S-Klasse im Ledersitz verwöhnen. Da machen wir uns doch nichts vor, das ist so, das ist Fakt, da kennt ihr, da bleib ich so, der Kerl an dem Kahn Blatt vor den Mund, und da sage ich meine offene Meinung, Leute. Und da muss heute mal wieder Zeit zu. Aber trotzdem, Nationalstolz voran, nicht auf die rechte Schiene, das ist nämlich auch nicht im Keller seine Schiene, aber so ein bisschen muss ja da sein, wir wollen ja alle mal ein bisschen zusammenhalten, Leute. Und deswegen, das Wort zum Sonntag, Leute. Knallgas!